Sie sehen ein Video der Reihe Bearbeiten von Online-Anträgen zum Digitalpakt Schule. Sie berücksichtigen einmal die Novellierung der Förderrichtlinie ab November 2021, dann die Überarbeitung des Online-Verfahrens ab Juli 2022. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. Eine Einführung und der Darstellung der benötigten Unterlagen und der allgemeinen Angaben für das Online-Verfahren. Dann eine Darstellung des Antragsablaufs und der schulbezogenen Angaben, also den Fördergegenständen und den dazu passenden Angaben aus dem technisch-pädagogischen Einsatzkonzept und der Fortbildungsplanung. Und zu guter Letzt eine Darstellung, wie Fast-Track-Anträge gestellt werden können. Sie sehen nun das erste Video zur Einführung und Darstellung der benötigten Unterlagen und der allgemeinen Angaben für das klassische Antragsverfahren im Online-Portal. Die Unterlagen, die Sie für das Fast-Track-Verfahren benötigen, werden in Video 3 ebenfalls dargestellt. Sie sind allerdings nahezu identisch. Für den Antrag aus Mitteln des Digitalpakts benötigen Sie im Wesentlichen vier Dokumente. Diese sind das Technisch-Pädagogische Einsatzkonzept oder TPEC, die Fortbildungsplanung, eine Investitionsplanung sowie Ihr Betriebs-, Wartungs- und Supportkonzept. Die Investitionsplanung beinhaltet eine klare Darstellung der Förderobjekte, das heißt, welche Maßnahmen wollen Sie in den einzelnen Schulen bezogen auf diesen Antrag durchführen. Zu jedem Förderobjekt gehören verschiedene Fördergegenstände. Das sind die einzelnen Maßnahmen, die Sie unternehmen wollen, um das Förderobjekt zu realisieren. Sie benötigen dazu auch die entsprechenden Zahlen, was die einzelnen Bereiche kosten werden. Ebenso benötigen Sie das Technisch-Pädagogische Einsatzkonzept jeder Schule. Dazu benutzen Sie am besten die Formulare, die ebenfalls für Fast-Track-Anträge genutzt werden. Siehe, Link. Für das Ausfüllen der Online-Anträge ist es wichtig, die technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte als digitales Dokument vorliegen zu haben, um dann einfacher aus den TPECs der jeweiligen Schule Angaben in das Online-Dokument kopieren zu können. Das dürfte Ihre Arbeit für die Antragstellung beschleunigen. Ein Betriebs-, Wartungs- und Supportkonzept benötigen Sie ebenfalls. Im Antragsverfahren sind hierfür nur recht schlanke Angaben zu machen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass gerade diese Konzepte vor Beantragung mit den Schulen bereits ausgehandelt und aufgearbeitet sind. Schauen wir uns den Antrag insgesamt an. Sie erreichen das Online-Antragsverfahren über diesen Link und gelangen dort zunächst auf die Startseite. Das neue Antragsverfahren ist wesentlich verschlankt und wird zu einer erheblich verkürzten Bearbeitungszeit führen. Neue Anträge heißen nun schulische Förderanträge. Die bisherigen Anträge werden als Altanträge geführt und können weiter bearbeitet und beim Ministerium eingereicht werden. Auf der Startseite können Sie auch einen Überblick darüber gewinnen, welche Mittel Ihnen zur Verfügung stehen. Je nachdem, ob bereits Anträge eingereicht wurden, tauchen bereits beantragte Mittel in der Spalte Reserviert auf. Sie erreichen übrigens auch alle anderen mit der Schuldigitalisierung zusammenhängenden Antragsverfahren über Ihre Startseite. Weiter unten haben Sie die Möglichkeit, noch einmal Einblick zu nehmen in Ihre technische Bestandsaufnahme, die das Land im Juli 2019 durchgeführt hat. Die dort abgelegten Daten können wichtig werden, wenn Sie in Ihren Förderanträgen zum Beispiel angeben müssen, wie viele Räume bereits ausgestattet sind und wie viele noch ausgestattet werden sollen. Hier sollten die Angaben zwischen Bestandsaufnahme und Förderanträgen übereinstimmen. Sollte es Differenzen in den Daten geben oder hat sich die Ausstattung der Schule inzwischen weiterentwickelt, aktualisieren Sie bitte Ihre Angaben direkt im Förderantrag in dem dafür vorgesehenen Feld für die Bestandsmeldung. Dies wird im zweiten Video dieser Reihe erläutert. Insgesamt ist es wichtig, Ihr Antragsverfahren mit möglichst großer Transparenz durchzuführen, da die bewilligende Stelle Ihre Gegebenheiten vor Ort nicht kennt. Alle Angaben, die Klärungen, Detailliertheit und Begründungen befördern, sorgen für eine verminderte Zahl an Nachfragen. Insgesamt aber zeigt die bisherige Erfahrung, dass das Ministerium bei der Bewilligung der Förderanträge sehr kooperativ und zügig vorgeht. Nachfragen haben daher in der Regel den Hintergrund, dass auch das MBWK gegenüber den Bundesbehörden nachweispflichtig ist. Sollten Sie bei bestimmten Angaben nicht sicher sein, fragen Sie gerne auch im Ministerium nach. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen sich nach den bisherigen Erfahrungen sehr, Unklarheiten bereits im Vorwege mit Ihnen gemeinsam zu klären, um das Antragsverfahren selbst möglichst reibungslos zu gestalten. Zurück zu den Förderanträgen. Es soll nun ein neuer Förderantrag angelegt werden. Bitte klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Schulische Förderanträge. Sie sehen zwei verschiedene Anträge. Einen in Bearbeitung und einen zur Einreichung fertigen Antrag. Grundsätzlich lassen sich Anträge für bis zu 25 Schulen einreichen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Anträge mit einer solchen Menge an Schulen schnell unübersichtlich werden. Da Sie unbegrenzt viele Anträge stellen können, gestalten Sie Ihr Verfahren am besten so, dass Ihre Anträge für Sie überschaubar bleiben. Ein neuer Förderantrag wird gestartet, indem Sie hier auf Weiteren Förderantrag anlegen klicken. Sie haben dann zwei verschiedene Möglichkeiten. Erst einmal einen Antrag anzulegen und später einzelne Schulen hinzuzufügen oder einen Antrag anzulegen, der gleich für alle Schulen Ihrer Trägerschaft gilt. Wenn Sie auf Neue Antrag anlegen geklickt haben, sehen Sie den neuen Antrag unten in der Liste der Anträge. Neu ist nun, dass Sie die Möglichkeit haben, Daten aus anderen Anträgen zu übernehmen und auch Schulen später erst hinzuzufügen, für die dann unter Umständen Bearbeitungsrechte eingeräumt werden sollen. Suchen Sie sich bitte die für Sie passende Aktion aus. Im Video fahren wir fort mit einem neuen Antrag und dem späteren Hinzufügen von Schulen, auch Einzelnen. Die Seite zeigt wieder den Stand Ihrer Förderanträge. Sie können nun auswählen, welchen Förderantrag Sie bearbeiten wollen. Nachdem Sie auf Bearbeiten geklickt haben, erscheint eine Seite, die die Struktur des ausgewählten Antrags abbildet. Oben sehen Sie drei verschiedene Buttons, die die ersten Abschnitte des Förderantrags repräsentieren. Hier können Sie auch die Bearbeitungsrechte freigeben, wenn Sie möchten, dass die Schulen die Eintragungen zum technisch-pädagogischen Einsatzkonzept oder zum Fortbildungskonzept selbst machen sollen. Wichtig dabei ist, dass immer nur ein Bearbeiter zurzeit am Antrag arbeiten kann. Sie müssten entsprechend koordinieren, wann welche Schule Ihre Eintragungen macht. Dazu müssen Sie aber erst einmal eine oder alle Ihre Schulen dem Antrag hinzufügen. Das passiert über diese Schaltfläche. Nun erscheinen unter den drei Buttons zu allgemeinen Angaben auch die Buttons, die der oder den Schulen zugeordnet sind. Diese Buttons sind Gegenstand von Video 2. Dazu einige Hinweise. Wenn Sie Eintragungen in einem Bereich machen und diese noch unvollständig sind, erscheinen die Schaltflächen für den Bereich rot. Erst wenn alles richtig eingetragen ist, wird der Button grün. Zu jedem Teilbereich gibt es Hinweise auf Fehlerquellen, wenn Eintragungen unvollständig oder nicht plausibel sind. Neu sind zusätzliche Hinweisfelder, die sehr hilfreiche Beispieltexte enthalten, die Sie gern auf Ihre Bedürfnisse anpassen und in Ihren Antrag übernehmen dürfen. Wichtig zu beachten ist, dass Sie immer unten auf einer Bereichsseite auf Speichern und nächste Seite klicken. Es passiert häufiger, dass man intuitiv auf den nächsten Button oben klickt, dann wechselt man in einen neuen Bereich, aber die Angaben, die Sie eben getätigt haben, gehen so verloren. Starten wir mit den allgemeinen Angaben. Hier tragen Sie Ihre Adressdaten und Verwaltungsdaten ein. Weiter unten müssen Sie Angaben zur womöglichen Finanzschwäche Ihrer Kommune und zum Status des Vorhabens machen. Neu ist die letzte Angabe auf dieser Seite, die sich auf die Laufzeit Ihres Projektes oder Vorhabens bezieht, das Sie fördern lassen wollen. Beachten Sie hier bitte den Hinweistext, den Sie durch Klicken auf den Button aufklappen können. Über die Schaltfläche Speichern und Weiter gelangen Sie zur Bearbeitung der Gesamtinvestitionsplanung. Es geht hier um die Gesamtinvestitionen für das zu fördernde Projekt. Wenn Sie Ihre Zahlen parat haben, können Sie für das jeweilige Jahr bereits die zu erwartende Zuwendung, Ihren Eigenanteil und gegebenenfalls Finanzierungsbeiträge dritter eintragen. Die Summe der jährlichen Ausgaben wird erst durch Angaben zu den Fördergegenständen ermittelt. Daher wundern Sie sich bitte nicht, wenn die Schaltfläche Investitionsplanung zunächst rot bleibt. Zum Ende der Antragsbearbeitung wird sich die Grünfärbung einstellen, versprochen. Als Tipp für diejenigen, die die Zahlen nicht bereits im Einzelnen vorliegen haben. Lassen Sie die Investitionsplanung erst einmal beiseite und bearbeiten Sie sie ganz zum Schluss. Dann hat das System Ihre Angaben aus den Fördergegenständen automatisch übernommen. Bitte wieder auf Speichern klicken, denn nun geht es zum letzten Teil, dem Betriebskonzept. Dahinter verbirgt sich letztendlich nur die Sicherstellung der drei Support Level, wie sie sich aus Ihrem Servicekonzept ergeben. Setzen Sie bitte die entsprechenden Haken, wer das jeweilige Support Level sicherstellt und wie diese finanziert werden. Damit sind die allgemeinen Angaben für Ihren Förderantrag eingegeben. Im Video 2 geht es weiter mit den schulischen Angaben bzw. den Angaben zu den Fördergegenständen. Dort wird auch der weitere Verlauf der Antragstellung und seine Finalisierung angesprochen. Wir danken für Ihr Adresse und hoffen, dass Sie das Video weiterbringen konnten.